Was kannst du von der Armee lernen zur Überwindung deiner persönlichen Krise, in der du vielleicht jetzt gerade steckst? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe auch einige Jahre bei der Bundeswehr und jetzt auch an der Reserve gedient. Und dort habe ich mich mit dem Führungsstil der Armee auseinandersetzen müssen und kann einiges zur Krisenbewältigung heute davon an dich weitergeben. Das Erste, was in der Armee gelernt wird, dass es keinen besten Führungsstil für alle Situationen gibt. Denn auf der einen Seite gibt es die Situation im Frieden, wo ausgebildet wird, wo trainiert wird, wo geübt wird und auf der anderen Seite gibt es die Kampfsituation, die Krisensituation, wo äußerst wenig Zeit bleibt, um die beste Entscheidung zu finden oder überhaupt Zeit zu haben zum Nachdenken. Das bedeutet auch, dass die verschiedenen Führungsstile unterschiedlich eingesetzt werden. Wenn also genug Zeit ist in einer Friedenssituation, da kann man natürlich eine Gruppe mit einem Projekt beauftragen, dann können die sich hinsetzen und beraten und debattieren und demokratisch die beste Lösung entwickeln. Die können dann aber auch gucken, wie du das vormachst und dann können die ganz in Ruhe deinem Vorbild entsprechendes nachmachen. Im Gegensatz aber zur Friedenssituation ist in einer Kampfsituation dafür keine Zeit. Wenn du beschossen wirst vom Feind, wenn eine tatsächliche Krise da ist und dein Leben in Gefahr ist, dann kannst du nicht sagen, wir müssen uns mal kurz konspirativ zusammensetzen und debattieren, ob wir angreifen, ob wir ausweichen, ob wir mit Kleinkaliber oder mit Großkaliber zurückschießen oder überhaupt zurückschießen. Dafür ist keine Zeit, denn jede Sekunde entscheidet dort über Menschenleben, über Ressourcen. Und deshalb muss die Führungskraft dann auch sofort entscheiden. Sie muss dann direktiv Anweisungen geben und jeder im Team muss dann zusammenarbeiten mit dem Gehirn, wie auch deine Hand und der Fuß zusammenarbeitet mit dem Gehirn im Körper. Und wenn diese Gefahrensituation vorüber ist, dann wechselt der Offizier, der Unteroffizier wieder zurück in den delegativen Führungsstil oder führen durch Vorbild, also ganz entspannt. Sicherlich wirst du in Situationen kommen, wo du dir unsicher bist, ob du, wenn du jetzt schnell entscheidest, auch richtig entscheidest. Und hier gilt das Prinzip, wenn du dich nicht entscheidest, ist es auch eine Entscheidung, meistens zu dem Nachteil aller Beteiligten. Und daher weiß die Führungskraft, im Ernstfall ist es besser, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also schnell Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch Fehler zu machen, um schnell daraus zu lernen, zu korrigieren, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Dieses Prinzip heißt Fast Fail. Also, du bist in einer Gefahrensituation, hol dir so schnell wie möglich alle Informationen, die du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Entscheidung nicht richtig ist, dann überleg nicht stundenlang, wochenlang, monatelang, jahrelang, sondern triff eine Entscheidung, die du überschauen kannst und lerne daraus, wenn sie fehlerhaft war, um dann sofort die zweite Entscheidung hinterherzusetzen, die dann richtig ist. Daher ist es auch nicht so, dass die Großen, die Kleinen schlagen, sprich, dass die größten Tiere immer die süßesten Früchte bekommen, die großen Konzerne, die meisten Fördermittel und dass es denen deshalb besser geht. Nein, es ist so, dass die Schnellen, die langsam schlagen, diejenigen, die den Mut haben, schnelle Entscheidungen zu treffen, die den Mut haben, auch begrenzt, überschauend auch Fehler zu machen, daraus zu lernen, um dann bessere Entscheidungen zu treffen, die werden die größten Früchte ernten, die werden die süßesten Früchte ernten, die werden gestärkt aus der Krise hervorgehen. Wenn du also Unterstützung brauchst, selbst ein wenig mutiger zu werden, schneller Entscheidungen zu treffen, oder du schneller aus deinen Fehlern lernen willst, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen, um zu den Unternehmen zu gehören, die nach der Krise dann die süßesten Früchte bekommen werden, dann lade ich dich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Dann kannst du ab dem 1.4. dir ein Geschenk über 4.000 Euro zugänglich machen, damit du uns als Experten auch bezahlen kannst. Die BAFA gibt vom 1.4. bis zum 31.12. dir einmalig 4.000 Euro Zuschuss, damit du dir auch Berater an die Seite holen kannst. Aber auch wenn du nicht direkt von der Corona-Krise betroffen bist, gibt es weitere Beratungsförderprogramme, dass du immer 50 bis 90 Prozent in der Krise bekommst, als Zuschuss geschenkt, damit du dir Expertenhilfe an die Seite holen kannst. Gerne kannst du jetzt also Gebrauch machen beim kostenfreien Erstgespräch. Ruf einfach an unter 030 683 282 600 und bewerte dieses Video mit Daumen hoch, abonniere den Kanal und empfehle uns gerne weiter, damit du zu den Schnellen gehörst, die die langsam übertrumpfen, damit du mutiger wirst, entscheiden und triffst, schneller erst und besser wirst als deine Mitbewerber. Und das wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.